Willkommen zur Präsentation unseres SETC Sicily Reisetrainingsprogramms. Seit 2010 organisiert das Unternehmen von Piro Tuzzo erfolgreich die Sprachreisen für Kinder und Erwachsene. Das ist eine großartige Gelegenheit für Sie und Ihre Familie, Italienisch von einem Muttersprachler direkt auf der wunderschönen Insel Sizilien zu lernen. Ein interessantes Exkursionsprogramm ermöglicht es Ihnen, Theorie mit Praxis zu kombinieren, was das Lernen und Verstehen der italienischen Sprache beschleunigt. Kinder werden unsere Kurse lieben. Interessante Lektionen und freundliche Lehrer helfen Ihnen, die Sprache Spiele zu lernen. Es besteht auch die Möglichkeit, Englisch zu verbessern oder neu zu lernen. Unsere vorgeschlagenen Programme sind eine einzigartige Methode zum Erlernen einer Sprache. Warten Sie mich, registrieren Sie sich für das Webinar, um alle nötigen Informationen zu erhalten.